Ja, herzlich willkommen zum Gemüsefun-Podcast. Wie immer, auch heute, an meiner Seite, der gute alte Tom Arte. Abend, Tom. Hallo, gute alte Arti Schocke. Da sind wir wieder vereint. Wir haben was Feines vorbereitet heute. Wir spielen heute irgendein Spiel namens Zivile Helden. Ich muss dazu sagen, ich habe null Ahnung von diesem Spiel. Absolut null. Also, ich weiß nur, dass man das im Wurzel spielt. Du hast gemeint, das wäre wohl ganz saftig. Ja, ich weiß nicht mal, ob man es wirklich spielt oder ob das so eine Geschichte ist, die sich selbst erzählt. Ich hoffe es nicht. Da werden so kleine Flashbacks an gewisse Handyspiele, die wir mal hier im Stream besprochen hatten, wieder wach. Oh Gott, ja. Du redest von diesem Probably Me, My Love. Das könnt ihr euch auch gerne anschauen, das Let's Play dazu. Das war sehr lustig. Ich denke, wir haben das Maximum aus diesem Nicht-Spiel damals rausgeholt. Absolut. Ja, ich denke mal, wir steigen voll ein, oder? Würde ich auch sagen. Was soll der Geiz? Was soll der Geiz, genau. Achso, wir können uns hier erstmal für ein Thema entscheiden. Was nehmen wir denn für ein Thema? Ja, komm, wir tun jetzt nicht so, als ob wir rum überlegen. Wir haben uns schon für Hass im Netz entschieden. Aber unsere drei aktiven Kommentarzuschauer können uns natürlich in die nächste Richtung stoßen. Also, ihr habt ja noch Gewalt, Radikalisierung, Antisemitismus und die guten alten Verschwörungsmythen mit einer Halbwertszeit von einem Jahr. Da geht es bestimmt um den schwarzen Satellit. Da denke ich wieder an die Serie, die wir gesehen haben. Wie ist die Schlafschafe? Ja, die guten alten Schlafschafe. Bestes Matt. Bestes Matt. Aber wir nehmen den guten alten Klassiker Hass im Netz. Avocado, Leute. Ich hoffe, es gefällt euch. Schauen wir mal an, was hier gespielt wird. Oh, du bestimmst, auf welcher Seite du stehst. Zwei Videos in einem. Hier wirst du entscheiden können, aus welcher Perspektive du Hass im Netz wahrnehmen kannst. Oh, das ist spannend. Entscheide mit einem Klick zwischen Version A und Version B und wechsle auf die andere Seite der Macht. Aha. Okay. Also, ich würde sagen, wir sind, ach komm, wir sind schon die russischen Trolle, oder? Naja, komm, ja, wir geben uns schon so realistisch, wie wir sind. Sag ich doch. Ja, machen wir los, geht's. Ich bin jetzt sehr gespannt. Ich denke, das eröffnet die Möglichkeit, hier noch eine zweite Runde anzustoßen, oder? Ja, wenn das mehrere Enden hat. Wie gesagt, ich weiß gar nichts vom Spiel. Ah, Mann, was geht's? Machen wir mal rein. Skankhunt 42. Ist sie auf dem Magazin, oder? Was steht auf dem Frontcover drauf, die zehn erfolgreichsten Frauen? Ich dachte immer, eigentlich interessiert das Zeug keine Sau. Denn gemessen an dem Ranking aller männlichen Vertreter ist die Top Ten dieser Frauen ein ziemlich lächerliches Thema. Ich meine, eigentlich seid ihr nur dank dem Quoten-Mist dabei. Was bist du denn für ein arrogantes Chauvinisten-Schwein? Ist doch wahr, aus euch bin's höchstens meine heiße Sekretärin. Weil wir seit Jahrtausenden von Männern klein gehalten werden. Aber sind wir alle viel intelligenter als ihr? Na, als Friseurin bist du nicht gerade ein Exempel dafür. Und wenn man's nur zum Schneiden bringt, weil man zu dumm zum Scheißen ist, sollte man zumindest wissen, wann's den Mund zu halten gilt. Hast du den Artikel überhaupt gelesen und geblägt? Weil du saumäßig beschränkter Typ auch fähig dazu bist. Echte Trottelbist nicht auszuhalten. Frauen sollten machen, was sie können, also kochen und den Haushalt schmeißen. Ich bin lieber saumäßig beschränkt. Was ist denn ja los? Was ist das? Was ist das? Warum rappen die? Ist das hier ein Rap-Musical oder was? Also ich mag ja Musicals, aber nicht das. Was bin ich sehend? Was bin ich sehend? Ja, Leute zu zitieren. Auch die Aussage, Frauen sind doch immer schlauer als Männer. Ja, das haben wir die Punkt im letzten Dreisat-Doku. Nee, mich stören hier auch vor allem die Männer. Also das sind ja so absolut plumpe Aussagen, die du nie von einem, also so in der Form meiner Meinung nach nie von einem Mann hören würdest. Also vielleicht in der hinterletzten Kneipe, aber das ist kein breiter, mehrheitsfähiger Diskurs hier, der hier dargeboten wird. Auf jeden Fall. Es ist überzogen, aber ich bin gespannt, wo das hingeht. Ja. Ja. Da ist ne Feministin, die nach ein paar Witzen übertitten, gleich nach Hause rennt und flentert. Also gib Gott, was du da sagst, das ist ein ganz schön schmaler Grat. Was läuft hier denn eigentlich schief? Jetzt entspannt euch alle mal. Klar, jetzt mischt ich diese Kampflesbe ein. Hau dir lieber mal ne Schwanzlänge rein, das entspannt dich vielleicht. Und du ganz fette Schwein, das doch nur mit seinem Schwengel denkt. Hast gar keinen Plan, wie man als Frau in der Gesellschaft kämpft. Dann setz doch deinem Leben ein gezieltes Ende. Ich komm gerne helfen, ich hab schon deine IP-Adresse. Wenn echt bei dem gelaber, möchte man am liebsten zuschlagen. Seid jetzt alle still, ich will mit all dem nichts zu tun haben. Das ist ein Forum oder sowas, richtig? Alter, ist das krass. Vor allem, wie er da abmettelt auf die Frau. Also der kommt so rein, dieser dicke Typ. Ey, du musst übelst die Fotze und so. Ihr Frauen seien alle scheiße, ran an den Herd. Der klassische Troll. Dann kommt natürlich der andere Mann. Also in jedem normalen Forum wäre es so, da kommt dann so ein Ritter an weißer Rüstung dazu. Der dann übrigens der Feministen-Typ war. Aber hier ist es so, alle Männer sind natürlich die harten Chaministen. Da kommt der Nächste, ja genau, du brauchst mal ne Schwanzlänge und geh in die Küche. Und dann kommt der kleine Junge, der ist noch mal schlimmer. Also einfach nur dämlich. Einfach nur dämlich. Ach so, ein richtig gutes, altes Forum, ja. Ach so, und jetzt werden wir hier gefragt, wie hättest du dich verhalten? Hassbotschaften im Netz sollten nicht unwidersprochen bleiben. Aber wie hättest du dich in einem solchen Chat verhalten? Zeige im Quiz, wie du reagieren würdest. Oh, das machen wir doch mal. Aber wir machen schon den Assi-Part, okay. Ja, wir machen den Assi-Part. Oh Gott, willst du vorlesen? Ja. Hey Laura, dein Status ist ja wohl ein Witz, oder? Du? Und erfolgreich? Pah, diese Top 10 der erfolgreichen Frauen sind doch gar nichts gegen die großen Bosse dieser Welt. Nur die scheiß Frauenquote bringt dich so weit. Willst du die andere, oder? Ja, ich mach die Viper, wir machen so. Melli, was bist du denn für ein arrogantes Chauvinistenschwein? Pah, ist doch wahr. Aus euch wird höchstens eine heiße Sekretärin. Laura, aber nur weil wir seit Jahrtausenden von Männern klein gehalten werden. Ach ja, Frauen sollen machen, was sie können. Also kochen und den Haushalt schmeißen. Aha, ich verstehe schon. Also dieser Chat hier, das waren so die ersten Zeilen in diesem Websong, den wir gehört haben. Also der Websong war viel ausführlicher. Okay. Naja, wirkt halt trotzdem immer noch. Also dieser Chat, wenn man den so liest, wirkt noch ein bisschen realitätsnah, weil er halt eine ganz so hart reinmettelt wie diese Websong. Aber immer noch sehr hölzern, ja, wie du sagst. Also ich fand den Websong sogar angenehmer tatsächlich. Weil durch das Reimen war es nicht so hölzern. Mhm, okay. Ich fand es halt sehr gestellig. Ja, natürlich, natürlich, ja. Okay, wir haben jetzt hier mehrere Möglichkeiten. Wir können melden, wir können Screenshot machen, warum auch immer, für Paint. Okay, okay. Und wir können nachfragen. Hey Dennis, warum denn so gemein? Ist doch mega cool, was Laura geschafft hat. Das schaffen selbst die meisten Männer nicht. Wir können beleidigen. Du bist echt ein Arschloch. Einfach null Niveau. Du hast nicht mal einen Job. Also halt die Fresse. Wir können es humorvoll beantworten. Männer haben vielleicht die Hosen an. Aber Frauen suchen sie aus. Belehren. Dennis, das sehe ich ja ganz anders. Immerhin ist der Frauenanteil in Führungspositionen in den Bundesländern mittlerweile bei 20 bis 26 Prozent. Oh Gott, ja, jetzt fangen wir hier wirklich mit irgendwelchen Quoten an und so. Achso, also wir können, wir haben ja gar nicht hier so eine richtige Entscheidung in dem Inhalt, den wir hier darbringen wollen. Wir können uns nur entscheiden, wie wir den darbringen wollen. Weißt du, also wir tun jetzt so oder so für die Frauen argumentieren. Weißt du, was ich meine? Nein, wir können jetzt nicht sagen, ja, du hast recht, Dennis, mit den Frauenquoten ist das so und so und was weiß ich. Wir können nur sagen, du hast Unrecht, aber das können ja verschiedene Weisen sein. Ach Gott. Also in so einer Art Gruppenchat, also, naja, wenn der so plump ankommt, würde ich eigentlich, ich persönlich würde wahrscheinlich sogar beleidigen. Ich hätte das oder Humor genommen tatsächlich. Ja, das oder, ja, nachfragen oder belehren, also mit solchen Leuten in einem Gruppenchat würde ich keine ernsthafte oder belehrende Diskussionen eingehen. Das mit dem Nachfragen ist halt auch irgendwie falsch, also da steht, das schaffen selbst die meisten Männer nicht, das wollen selbst die meisten Männer nicht. Das ist ja der Punkt, aber. Ach, du meinst mit den Führungspositionen? Ja, klar. Ja, ist klar. Warum will ich eine 80-Stunden-Woche? Ja, ja, ist klar. Ja, such du aus. Humor oder beleidigen. Lass uns mal beleidigen, komm. Ja, rein in die Fresse. Ja, genau. Achso, okay. Okay. Hier, du bist Teil eines Gruppenchats und es gibt Stress, wie reagierst du? Ah, und jetzt kriegen wir eine Bewertung, die lehle ich mal vor. Null Punkte haben wir dafür bekommen. Hier wird schon hitzig diskutiert und es fallen frauenfeindliche Kommentare. Nachfragen und humorvoll antworten kann die Situation entschärfen. Beleidigen oder belehrten hingegen führen eher weiterhin zu negativen, kommt da an. Führt eher, sorry, führt eher weiterhin zu negativen, kommt da an. Die Schrift ist hier so klein an meinem Ende. Als ob. Ja. Also nicht als ob die Schrift, sondern. Ja, als, keine Ahnung. Also Humor verantworten meintest du, hättest du gebracht. Ja, gut, das kann ich sogar mitgehen, aber mit dem Belehrten oder was das war. Bullshit. Ah, okay. Achso, guck mal, wir haben jetzt geschrieben da oben in den Gruppenchat. Wir sehen das jetzt, unsere Nachrichten. Und jetzt reagieren die auf unsere Nachrichten. Das ist sogar der gerappte Text, also wir haben alles richtig gemacht. Ah, geil, okay, okay. Liest du den Vorwahl? Ach, stimmt. Stimmt, warte mal, jetzt fällt es mir ein, du bist echt ein Arschloch, einfach null Niveau. War das denn sogar ein Text, den die Frau da gewerbt hat? Genau, genau, ja. Ah, ja, okay, okay. Ähm, ja, lest du wieder die Männer, ich die Frauen. Arti? Ja, das ist die Frau, du musst es vorlesen. Ich lese da Marc am Anfang, dass... Nee, aber das oben drüber ist. Ach, naja, das hat man doch schon. Du bist echt ein Arschloch, einfach null Niveau. Du hast doch nicht mal einen Job, also halt die Fresse. Das haben wir ja wir gesagt, wir haben das geschrieben. So, jetzt sagt der Marc. Sich über Frauen lustig machen, aber selber nichts gebacken kommen. Loser. Ja, das passt gar nicht. Egal. Nee, das passt überhaupt nicht, ja. Boah, Dennis. Johannes, so Ausländerpack wie dich brauchen wir hier nicht, okay. Boah. Was zur Hölle? Frauen haben in diesem Land Rechte. Geh dahin, wo du hergekommen bist. Warte mal, Johannes stellt sich jetzt auf die Seite von den Frauen. War ne Fons noch der Johannes? Auch so ein Jouvinist-Typ? Oder hab ich da was verpasst? Irgendwie ist das komisch geschrieben. Na gut, jetzt schreibt Melli, oh, jetzt, alter Melli, diese Asylanten immer unmöglich, keinen Bock zu arbeiten und uns auf der Tasche liegen und sich dann auch null anpassen. Ey, ich bin Deutscher, ihr Dummköpfe. Alter, wie geil. Also Melli, die präsentiert das METV. Kann man die anschreiben, ja? Ja, und Johannes ist auch gut dabei. Gut, jetzt lese ich mal die Möglichkeiten vor, die man hat. Man kann ansprechen, was hat das Thema denn jetzt mit Ausländern zu tun? Leute, können wir nicht einfach etwas netter zueinander sein? Wir können argumentieren. Ist doch vollkommen egal, ob Denise Deutscher ist oder nicht. Hier geht es darum, wie er über Frauen spricht. Das ist so einfach nicht akzeptabel. Wir können abwarten oder wir können ablenken. Leute, habt ihr heute eigentlich schon das Neueste mitbekommen? Weil ich würde so ablenken, ja, hat einer Bock, Killing Floor zu spielen. Also, das ist ja alles hier nicht das METV, oder? Nee, gar nicht. Ich würde entweder auf Abwarten gehen oder auf Ansprechen. Ja, würde ich auch sagen. Weil Ansprechen wird wahrscheinlich genau das Gegenteil davon auslösen, was wir bezwecken wollen. Das heißt, es wird mehr um Ausländer gehen. Ah, ich verstehe schon. Es geht ja hier auch in dieser Folge oder in dieser Story, die wir ausgewählt haben, um Hass im Netz. Also soll es wahrscheinlich hier nicht nur um Frauen gehen. Das war nur der Aufhänger, sondern nur um andere Formen oder andere Diskriminierungen. Also jetzt auch gegen Ausländer. Ich würde es persönlich auch tatsächlich ansprechen. Also in einem Forum, wenn ich das lesen würde, würde ich fragen, ja, warum diskutiert ihr jetzt so abwegig über andere Themen, über das Thema Ausländer, wenn es vorher um Frauen ging. Also ich bin auch für Ansprechen. Back to Topic, ne? Back to Topic, genau. Konzentriert euch, Leute. Grüße an Sonischforum. Gefühlt jeder Faden. Okay, dann machen wir das mal hier. Ansprechen, so. Ah, dafür kriegen wir plus 30 Punkte. Hier geht die Diskussion weiter. Auch gegen dich. Dazu kommen auch noch ausländerfeindliche Kommentare. Lass dich nicht aus der Fassung bringen. Die Situation anzusprechen, sinnvolle Argumente zu bringen oder abzulenken, sind hier die richtigen Optionen. Abwarten ist grundsätzlich nie eine gute Lösung. Muss dich dem Hass in den Weg stellen. Appeasement-Politik ist schlecht, okay. So. Was hat das denn jetzt mit dem Thema Ausländer zu tun? Leute, können wir nicht einfach etwas netter zueinander sein? Was das damit zu tun hat? Er beschwert sich über Frauen, macht dumme Beleidigungen und kommt einfach nicht damit klar, dass Frauen in diesem Land Rechte haben. Das ist der White Knight, oder? Ja, irgendwie schon. Ich sehe aber nicht so richtig. So, Laucher schreibt. Apropos zum Thema rechts schrückst dich rechts. Du bist doch nur ein dummer Nazi. Ausländer gegen Nazi. Der Klassiker. Ich liebe es. Melli, und du musst dich wie immer nur raushalten und lachst darüber. Feiges Huhn. Ich weiß immer nicht, wen die damit meinen. Meinen die den Vorherringen? Oder meinen die irgendjemanden aus dem Chat? Nee, ich denke, Melli bezieht sich auf den Pascal, weil der halt quasi da lacht. Ausländer gegen Nazi, der Klassiker, weißt du, da fehlt eigentlich noch so ein GIF von jemandem, der Popcorn ist. Ja, stimmt. Das hätte ich noch dazu gepostet als Pascal. Also, ja, geil, jetzt stressen die sich und ich schaue zu, so nach dem Motto. Okay, wir haben jetzt wieder vier Möglichkeiten. Wir können nachfragen. Genau. Sollten wir nicht aus unserer Geschichte gelernt haben, Nazis waren, sind und werden nie gut sein und auch nicht die Welt verbessern. Dead escalated quickly. Jemanden zu beleidigen, hier ist aber auch nicht angebracht. Argumentieren. Johannes, ich verstehe, was du meinst, aber trotzdem hat das nichts mit der Nationalität zu tun. Beleidigen. Ihr seid doch alle Nazi-Schweine. Und wir haben Belehren. Also, jemanden einfach so als Nazi zu bezeichnen, ist ohne politischen Hintergrund weder korrekt noch sinnvoll. Ihr habt ja gar keine Ahnung. Junge, also ich habe doch nie eine Antwortmöglichkeit, außer abwarten vielleicht, die ich gewählt hätte, so im realen Leben bisher. Also, ich würde hier auf Belehren gehen. Also, was die hier als Belehren überstiteln, finde ich jetzt gar nicht so eine krasse Belehrung, weil ich dahinter stehe. Das ist wahrscheinlich das, was ich tatsächlich sagen würde. Also, jemanden einfach so als Nazi zu bezeichnen, ist ohne politischen Hintergrund weder korrekt noch sinnvoll. Also, dieses sinnlose, mit dem Wort Nazi um sich schmeißen, da reagiere ich halt ziemlich izig drauf. Also, ja, ich würde das machen. Auch wenn es wahrscheinlich falsch ist. Laut diesem Quiz hier. Minus 30. Ach, wir kriegen 30 Punkte. Nachfragen und Argumentieren sind an dieser Stelle gute Antworten. Wer sagt das eigentlich? Mit erhobenem Zeigefinger ist nicht die beste Lösung, da es eher zu negativen Trotzreaktionen führt. Auch beleidigen macht die Situation nicht besser, sondern im schlimmsten Fall machst du dich damit selbst zum Täter. Okay, also wir haben Plus Minus Null bekommen. Alles klar. Ja. Naja, wir haben... Ach so. Ja, wir hatten ja 30. Haben wir insgesamt 30 oder haben wir für die anderen 30 Punkte bekommen? Nee, nee, hier steht ja Belehrung mit Zeigefinger ist nicht die Lösung. Ah, okay, okay, da haben wir Null bekommen. Alles klar. Wir haben 30 Punkte. Ach, das war alles. Das war es schon. Das ist ja erwärmlich. Das kannst du besser. Du hast 30 Punkte erreicht. Entschuldigung. Wir Courage im Netz ist noch nicht deine Stärke. Ja, tut uns leid. Wir lernen noch. In den drei Tipps kannst du nachlesen, wie du dich optimal verhalten kannst. Wollen wir jetzt mal gute Staatsbürger sein in der Deutschen Demokratischen Republik? Und ja? Ja, ja, mach das mal fies. Wie geht denn das hier? Replay? Gibt es nicht. Aber ich muss wahrscheinlich hier oben nochmal, oder? Ja. Kicken wir auf was im Netz? Zivile Helden gegen... Mach mal das, ja. Ach so, jetzt sind wir hier auf einer Seite, die uns wahrscheinlich Tipps gibt. Handeln gegen Hass im Netz. Wenn du einfach nochmal die Startseite in Börse eingibst, ja gut, dann müsstest du nochmal F11 drücken. Die ganze Wüste mit Paragraphen um sich schmeißen. Oh Gott, ja, diese Paragraphen im deutschen Strafgesetzbuch musst du kennen für Hass im Netz. Das denkt er sich auch gerade, ja. Ja, das will. Oh Gott, so viel Deutsch. Will nicht lieb. Und dann das hier, Sexismus ist nicht schamlos, du bist fett. Also du bist fett, schreiben wir Sexismus. Muss man wissen, ja. Ja, wie kommt man denn jetzt hier wieder hier zum Start? Alter, ist es jetzt so schwer? Naja. Was ist denn das für eine Scheißseite hier? Hast du an deiner Maus keinen zurück... Ah, okay, warte, warte, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Wir müssen die interaktive... Das ist es. Ach so, los geht's. Und dann musst du aber weitermachen. Das wollen wir uns natürlich nicht nochmal anschauen. Jetzt hören wir hier... Kann man das weitermachen? Ach, guck mal, wir haben ja eine A- und eine B-Variante. Ja, stimmt. Machen wir die B-Variante. Jetzt weppen die wahrscheinlich was Gutes. Jetzt weppen die was anderes. Was steht auf dem Frontcover drauf, die zehn erfolgreichsten Frauen? Ich dachte immer, eigentlich interessiert das Zeug keine Sau. Denn gemessen an dem Ranking aller männlichen Vertreter ist die Top Ten dieser Frauen ein ziemlich lächerliches Thema. Ich meine, eigentlich seid ihr nur dank dem Quoten-Mist dabei. Was bist du denn für ein arrogantes Chauvinisten-Zwein? Ist doch wahr, aus euch bin ich höchstens meine heißeste Kriterien. Weil wir seit Jahrtausenden von Männern klein gehalten werden. Dabei sind wir alle viel intelligenter als ihr. Na, als Friseurin bist du nicht gerade ein Exempel dafür. Und wenn man's nur zum Schneiden bringt, weil man zu dumm zum Scheißen ist, sollte man zumindest wissen, was dem hinzuhalten gilt. Hast du den Artikel überhaupt gelesen und gebläht? Weil zu saumäßig beschränkter Typ auch fähig dazu bist. Echt, du Trottel bist nicht auszuhalten. Frauen sollten machen, was sie können, also kochen und den Haushalt schmeißen. Ich bin lieber saumäßig beschränkt, als ne Feministin, die nach ein paar Witzen übertitten, gleich nach Hause rennt und flennt. Also gib acht, was du da sagst, das ist ein ganz schön schmaler Grat. Was läuft hier denn eigentlich schief? Jetzt entspannt euch alle mal. Klar, jetzt mischt sich diese Kampflesbe ein. Hau dir lieber mal ne Schwanzlänge rein, das entspannt dich vielleicht. Und du ganz fette Schwein, das doch nur mit seinem Schwengel denkt. Hast gar keinen Plan, wie man als Frau in der Gesellschaft kämpft. Dann setz doch deinem Leben ein gezieltes Ende. Ich komm gerne helfen, ich hab schon deine IP-Adresse. Echt, bei dem Gelaber möchte man am liebsten zuschlagen. Ihr seid jetzt alle still, ich will mit all dem nichts zu tun haben. Das war doch genau dieselbe Version wie vor uns jetzt. Ja, hab ich auch nicht verstanden. Entweder es war vorhin Version B auszusehen. Aha, nee, da hat einfach was nicht geklappt. Na gut, wir machen mal das Quiz schnell. Wir wollen ja gute Staatsbürger sein, genau. Wir klicken uns mal fix durch, genau. So, jetzt sehen wir die guten Sachen, richtig? Achso, humorvoll antworten wäre richtig gewesen vor uns. Oder nachfragen. Aber wir machen die Humor-Geschichte. Genau, wir machen mal fix Humor-Verantworten. Männer haben die Hosen an, aber Frauen suchen sie aus. Genau, das ist auch derselbe Text wie vor uns, aber wir kriegen bloß 30 Punkte. Easy money. Was war hier richtig? Achso, es war falsch und alles andere war gut. Nee, jetzt ist ja der Text anders. Achso, ach der Text ist jetzt anders. Ach, du hast recht. Okay, wir haben geschrieben, haha, Männer haben vielleicht die Hosen an, aber Frauen suchen sie aus. Und Laura schreibt, so ist es, haha. Pascal, ihr könnt doch froh sein, wenn wir überhaupt einen Kerl abbekommen. So hässlich wie ihr seid, will euch doch niemand. Melli, hässlich? Sagt der hässlichste aller Südländer. Jetzt geht es wieder um die Ausländer. Arbeitslos, Ausländer, hässlich. Können halt nicht alle nur gute Seiten an sich haben. Du bist ja das beste Beispiel dafür. Mhm. Okay. Jetzt haben wir auch andere Auswahlmöglichkeiten, weil das Gespräch ja auch eine andere Sache geht. Ja, haben sie ja Mühe gegeben. Ja, richtig krass. Also, diese Möglichkeiten sind übelstes Rollenspiel. Okay, wir können das Thema ansprechen. Wieso findet ihr denn alle immer gleich hässlich? Jeder Mensch hat doch positive Seiten an sich. Das klingt halt so, so merke ich irgendwie. So nach Grundschule, ja. Ja, so nach Grundschule. Wir haben uns ja alle lieb. So, wir können argumentieren. Wir sind hier doch alle gleichberechtigt. Egal welches Geschlecht, egal welche Nationalität, egal welcher Arbeitsstatus. Wo war das denn argumentativ? Das ist so der Grundgesetzkack. So, ja, die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber das war doch nicht mal argumentiert. Das war einfach nur, ich halte das jetzt fest. Und das ist so. Ja, ist klar, genau. So, wir können abwarten. Das hatten wir vor uns auch. Und wir können ablenken. Wer geht eigentlich dieses Jahr mit aufs Festival? Wer spielt hier eigentlich Killing Floor? Das passt für immer jedes Mal. Das passt für immer, genau. Okay, also die rechten beiden funktionieren nicht. Also abwarten und ablenken, keine Chance. Dann lass mal argumentieren mit diesen hohen Phrasen. Das finden die bestimmt gut. Ja, argumentieren ist immer gut. Ja, mit hohen Phrasen, genau. Als ob da jetzt Don't Feed the Troll stehen wird oder sowas, ja. Ja. Aha, und jetzt haben wir nämlich schon 60 Punkte. Hier hat die humorvolle Antwort leider nichts gebracht und die Beleidigungen nehmen kein Ende. Weiterhin ruhig zu bleiben und die Situation anzusprechen, sinnvolle Argumente zu bringen oder abzulenken, sind hier die richtigen Optionen. Abwarten ist grundsätzlich nie eine gute Lösung. Also ablenken hätte es auch gebracht. Die wollen irgendwelche Backpfeifengesichter erziehen im Internet, oder? Also, als ob das, was wir jetzt gewählt hätten, wirklich funktionieren, Täter. Ja, naja, das ist schon merkwürdig. Junge, Junge, Junge. Also, wir sind doch alle gleichberechtigt. Egal ob Mann, Frau oder nichts davon. Egal welche Nationalität. Genau, Melli schreibt, es macht doch überhaupt keinen Sinn, dass immer alle gleichberechtigt sein sollen. Manche sind einfach zu dumm für die Gesellschaft und beuten uns nur aus. Base. Der Abschaum unserer Gesellschaft sind doch eh die ganzen Schmarotzer, die von überall her kommen und so Geld wollen. Base 2. Laura, klar, es gibt immer schwarze Schafe, aber das kann man so nicht verallgemeinern. CDU-Kack 1. Und Marc? Die ganzen Asozialen braucht kein Mensch, sollen sie doch alle verrecken. Boah, Alter. Marc, du bist ein bisschen zu weit gegangen. Das ist schon eher der NPD-Typ hier. So, wir können dann nachfragen. Was habt ihr denn gegen Hauptschüler? Oder Ausländer? Oder Deutsche? Das hat doch nichts mit Texten zu tun. Dann geben wir uns so eine übelste Liste. Aber das ist doch jetzt eher Ablenk. Also, wo ging es denn da um Hauptschüler? Ja, das ist komisch. So, wir können ablenken. Zum Thema Aussehen fällt mir ein, kennt ihr schon die neue Modelshow. Wir können beleidigen, ihr seid alle nicht die Höchsten, das wisst ihr schon, oder? Und wir können belehren. Aussehen ist eine rein subjektive Angelegenheit. Einzig der IQ ist messbar, bei dem es völlig egal ist, welcher Nationalität man angehört. Oh, die Aussage ist aber falsch. Ja, die ist wahrscheinlich aber laut den Machern hier richtig, ja. Ja, gut, Nationalität und Ethnie ist nicht dasselbe, ne? Genau, wir hatten das ja im letzten Fall die Macht der Vorurteile besprochen, dass es natürlich für die IQ relevant ist oder einen Gruppenwertunterschied gibt zwischen den verschiedenen Ethnien. Und gerade Afrika, was halt so mit dem Reißbrett aufgeteilt wurde, ist das nicht so ganz eindeutig, ne? Du meinst, das Thema Nationalität ist nicht so eindeutig? Genau, genau, also da ist es eher so die Ethnie. Also es gibt halt Ethnien, die leben zur Hälfte in dem einen, zur Hälfte in der anderen, aber ja. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Naja, ich würde belehren, das war doch, vor uns hatte uns das Belehren auch am Ende 30 Punkte gebracht. Du meinst, weil das so den Geisteszustand der Programmierer, nenne ich es mal, widerspiegelt? Ja, ja, natürlich, natürlich. Okay, komm, dann Feuer frei. Ich wette, wir sind jetzt bei 90 Minuten. Wir sind ein guter Staatsbürger. Ah, nein! Oh, shit! Ah, verdammt, sorry, da habe ich uns reingerissen. Nachfragen ist immer eine gute Antwortoption. Immer, ne, am Anfang war das, dachte ich nicht so. Okay, auch ablenken kann hilfreich sein. Belehren mit erhobenem Zeigefinger ist nicht die beste Lösung, da es eher zu negativen Trotzreaktionen führt. Auch beleidigen macht die Situation nicht besser, sondern im schlimmsten Fall machst du dich dann selbst zum Thema. Oh, das tut mir leid. Ich dachte vorhin, nämlich hatten wir Belehren gedrückt und am Ende Punkte bekommen. Ach, nee, nee, stopp, wir hatten ja 30 Punkte bekommen für die erste Antwort oder zweite. Ah, okay, mein Fehler, mein Fehler. Das habe ich mir falsch gemerkt. Siehst du, ich habe nichts gelernt durch die zivilen Hälfte. Der Trotz-Effekt von Ferros beschrieben, kommt hier gut zum Tragen, ja. Aber wir haben uns ja schon verdoppelt, Mensch. Also jetzt sind wir doch schon fast gut, Staatsbürger, oder? Genau. Komm, sag uns, wir sind gut. Oh, ein guter Weg. Ach Gott, es sei denn. Du bist auf einem guten Weg. Du hast 60 Punkte erreicht, du hast zum Großteil genau richtig gehandelt. Dir fehlt nicht viel zum zivilen Helden. In den drei Tipps kannst du nachlesen, wie du dich optimal fragen kannst. Ja, lass uns mal die drei Tipps nochmal angucken. Drei Tipps für richtiges Verhalten im Netz. Oh Gott. Das Stockfoto, ja, okay, was haben wir denn? Ja, wir haben links so eine Blondine und da steht unten, Tipp 1, also Punkt 1, einschreiten schräg sich Gegenrede. Ach so. Genau. Der Daumen geht nach oben für, ich beschreibe das mal für die Audio-Hörer, es kommen nochmal ein bisschen nach oben. Sprech den Kommentar direkt bei demjenigen an, der ihn gepostet hat, frag gezielt nach, warum diese Kommentare sein müssen, verlangt gegebenenfalls nach Beispielen oder Fakten. Gut ist auch Humor, kann ausufernde Diskussionen beruhigen, argumentiert sinnvoll gegen Hasskommentare, lenkt vom Thema ab und schlecht ist, wartet nicht auf die Jektion anderer und Beleidigungen helfen niemandem in dieser Situation. Also, man soll direkt einschreiten. Aber, 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 lenkt vom Thema ab, ist doch richtig behindert, immer. Oh, wieso ist denn das positiv? Eigentlich ist es behindert, weil dann die Probleme nie ausdiskutiert werden, weißt du? Genau, genau. Das ist eigentlich dumm, ja. Und du, du wirkst doch eigentlich, finde ich, finde ich schwach, wenn du, jedes Mal, wenn Thema X aufkommt, du irgend so eine Nebelkerze zündest, naja, aber wir müssten schon mal über das und das auch dabei reden. Genau, genau. Also, das kriegt jeder beim zweiten Mal mit. Spielt eigentlich jemand Killing Floh? Ja. Finde ich richtig schwach. Also, Thema Ablenken ist nie positiv. Bullshit. Das finde ich auch dämlich. Also, das mit dem Humor unterstütze ich. Humor kann ausufernde Diskussionen beruhigen. Also, das sehe ich da auch so. Ja, genau, genau. Maßlose Übertreibung erleichtert das Verständnis. Ja, genau. Ja. Und auch das erste, ich meine, Klaas, das ist ein Versprecher, den Kommentar direkt bei demjenigen an, der ihn gepostet hat. Weißt du, dass man direkt sagt. Ja, immer, immer. Dass man schreibt, Adz, Johannes, das war jetzt daneben, was du geschrieben hast. Also, als allgemeines Ding, egal ob das jetzt links oder rechts thematisch geht, würde ich das schon unterstützen. Was ich hier unterschreiben würde, ist, Beleidigungen helfen niemandem. Ja. Ja, also, wir gehen jetzt mal davon aus, dass uns die Diskussion wichtig ist. Wenn wir rumtrollen wollen, sieht die Welt anders aus. Logisch. Aber wir nehmen jetzt mal an, wir wollen wirklich einen Erkenntnisgewinn erzielen, dann, klar. Ist klar, sobald beleidigt wird, die andere Position. Natürlich, sobald der andere anfängt, rumzubeleidigen, sieht die Welt anders aus. Logisch, ne? Ja. Aber was hier steht mit, warte nicht auf die Reaktion anderer, reagiert zuerst, würde ich gar nicht so unterschreiben wollen. Also, einfach vor dem Hintergrund, angenommen, jemand hat was richtig Dummes gesagt, ja? Ja. Dann würde ich da nicht unbedingt drauf schreiben wollen, sondern ich würde den sich weiter an die Scheiße schreiben lassen wollen, ja? Das würde ich auch sagen. Lass den erst mal fünf oder drei, vier Nachrichten schreiben. Lass den sich im Kopf vor Kragen reden, ja? Genau. Und wenn es dann ganz wild wird, dann sagst du halt, ja, sag mal, merkst du es eigentlich noch und das und das ist falsch, was du sagst? Oder bla bla bla. Egal, aber ja, so nach einer Nachricht, das wirkt dann auch ein bisschen sehr, nämlich belehrend wieder. Sobald einer ein bisschen abweicht von der Mehrheitsmeinung oder was Heißes sagt, wirst du mir da direkt untergebuttert werden. Das ist natürlich auch gämlich. Also, so jeden Typ braucht auch gämlich. Das fand ich bei dem Matt Walsh-Ding, wo er da bei diesem Professor sitzt mit, was ist eine Frau und was sich als eine Frau definiert und wie definiert sich eine Frau und diese Zirkelschluss-Definition, die der Professor da aufgemacht hat. Das war ja dieses, er redet sich halt um Kopf und Kragen und ja, genau das. Lass ihn einfach reden. Lass ihn sich schön in Widersprüche verstrücken, die für den Außen stehen. Man diskutiert ja in so einem Forum oder so einem Chat nie alleine. Das kommt dann halt an. Was labert der Typ gerade? Aber man muss dann auch den richtigen Moment finden, dass man entscheidet, weißt du? Ja, natürlich. Man darf sich nicht Tage oder Stunden lang so über sich so ein Sermon ergehen lassen. Ich spreche da aus Erfahrung. Irgendwann muss man auch mal sagen, ja hier, das Gesabbel ist mir genug. Aber hier steht ja explizit reagiere zuerst und das ist halt Blödsinn. Das sehe ich auch, ist falsch, klar. Würde ich auch so sagen. Das wirkt halt auch für andere schwach, weißt du? Einer schreibt was und zwei Minuten später reagierst du drauf. Blödsinn, richtig Blödsinn. Da wirkst du wie so ein Typ, der die ganze Zeit noch im Netz hängt und nichts zu tun hat. Ja, auf jeden Fall. So, was ist ein Punkt zwei, den wir machen sollen? Achso, das war eins. Ja, das erste ist einschreiten. Das zweite ist, wir haben ja drei Tipps. Geh nochmal rechts unter dem Bild. Dokumentieren. Dokumentieren. Ich bin ein guter Denunzian. Genau, ich bin ein guter Denunzian. Ich mache Screenshots und am besten auch bitte mit Namen und Sozialausweis, wenn es geht. Und Sozialversicherungsnummer. Ja. Okay, was haben wir denn für konkrete Tipps bei Dokumentieren? Also, aha, tatsächlich. Daumen geht nach oben für, erstellt einen Screenshot. Ein Screenshot kann sowohl direkt am Computer als auch am Smartphone bestellen, blablabla. Ach, das haben wir jetzt in dem, was wir gespielt haben, nie gemacht. Das hätten vielleicht machen sollen. Wir hätten auf Screenshot klicken können, stimmt. Das hätte uns extra gut gesammelt. Verfekte Scheiße. Da wäre ein richtiger ziviler Held geworden. Ja, Mensch. So, speichert Hassbotschaften, indem ihr euch beispielsweise die Chatverläufe per E-Mail schickt oder runterladet. Und nicht empfohlen wird, E-Mails mit Hassbotschaften nicht löschen, sondern abspeichern. Ach Gott. Also, wir hätten ja auch noch melden klicken können. Vor uns hätten wir wahrscheinlich auch an irgendwelche Admins die böse Sprache melden können. Also, dieser Gruppenchat, das war wahrscheinlich nicht mal unbedingt so ein Gruppenchat, vermute ich, weil sich die Leute gar nicht so gut kannten, hatte ich das Gefühl, sondern vielleicht ein Chat in einem halböffentlichen Forum, vielleicht sowas wie Facebook, weißt du, in so einer größeren Gruppe auf Facebook oder so. Anscheinend ging es um so ein Modermagazin am Anfang oder so ein Business Insider oder sowas. Ja, genau. Die zehn erfolgreichsten Frauen im Businessgeschäft. Und darunter die Kommentarspalte, vielleicht war es sowas. Stimmt, sowas, ja, die Laura hatte das ja geteilt und da hatte wahrscheinlich eh darunter dann geschrieben, genau. So, Sprachnachrichten soll man übrigens auch nicht löschen, auch da können später wichtige Beweise sein. Also, das finde ich wirklich grenzwertig. Das finde ich wirklich grenzwertig hier mit dem Dokumentieren. Also, das ist diese absolute Pets-Kultur. Also, das finde ich tatsächlich verachtenswert, würde ich ehrlich sagen. Ich habe das jetzt noch am Rande mitbekommen, es gibt jetzt verschiedenste Meldeportale. Bist du da ein bisschen besser drin in dem Thema? Null, erklär mal. Ja, so wie ich das mitbekommen habe, so richtige Denunziantenportale. Also, das ist wahrscheinlich in der Corona-Zeit gewachsen. So nach dem Motto, ich glaube, da drüben ist einer, der tut, ja, Leute frisieren, obwohl das nicht erlaubt ist, so auf dem Level. Und jetzt geht es halt Richtung, ja, wie gesagt, paraphrasiert, Öko-Diktatur, solche Sachen. Scheiße, du hast absolut recht. Warte mal, ich muss da mal kurz hier einschreiten. Ich habe hier einfach nur eingegeben auf Google, melde Portal Hatespeech. Und ich finde hier so viele Beispiele. Hassmelden.de, die zentrale Meldestelle für Hatespeech. BKA, also vom Bundeskriminalamt, Meldestelle Hassportings. Von hessengegenhetze.de. Extremismusmelden. Dann gibt es noch Bayern. Finde ich aber gut. Hessen gegen Hates, das geht gut von der Zunge. Bayern, Doppelpunkt, neues Meldeportal gegen Hass. Ja, also hier gibt es zig Beiträge. Hier, Hamburg. Hamburg schaltet neues Meldeportal frei. Hass im Internet. Also, alter Schwede, das war mir gar nicht so bewusst. Ja, es gibt überall in jedem Bundesland und auch bundesweit sogar mit dem BKA diese dämlichen Hass-Meldeportale, wo du schön den Hass wegmelden kannst. Alter Schwede. Aber wir haben ja plus 60 Punkte, also wir sind auch so Schneider. Genau, wir sind ja keine Hasser, wir sind ja die Guten. Wir haben uns vielleicht ein bisschen unklug angestellt, aber wir sind natürlich auf der richtigen Seite. Also wir lernen noch, aber wir sind auf einem guten Weg. Eieiei, also das ist mir ja ganz neu gewesen. Danke, dass du das angesprochen hast. Alter Schwede. Aber du hast das jetzt auf Hass-Kommentare eingeschränkt, aber ich glaube, da gibt es noch mehr. Ja, also. Na, ich habe einfach, ach stimmt, ich habe halt eingeben, Meldeportal Hatespeech. Such bloß mal, such mal nur nach Meldeportal, also das ist noch viel weiter gefächerter. Boah, da gibt es hier ein Meldeportal für irgendwie Zählerstände, Meldeportal Mindestlohn, Meldeportal Corona-Bürgertestung, also das ist dann auch wieder zu weit gefasst, das Thema Meldeportal. Meldeportal zur Müllvermeidung, also ich denke, Meldeportal Hatespeech war da schon an der Stelle der richtige Ansatzpunkt. Aber gut, belassen wir uns das. Da haben wir noch einiges vor. Und wir haben ja noch den dritten Hinweis, Junge, Junge. Genau, gehen wir mal zum dritten Hinweis. Was können wir noch machen? Schalte die Staatseinwandschaft ein, pass auf. Ja. Oh. Aha. Ich tue etwas dagegen, ohne mich einzuwischen. Oh Gott. Ach, melden, wir haben die Meldepart nie gedrückt. Ja, das ist ja halt eigentlich eins. Also dokumentieren und melden, ja, das ist halt dieses Denunzianten-Ding. So, was wird konkret empfohlen? Meldet Webseiten mit Hatespeech auf entsprechenden Beschwerdeseiten und ist ein Posting oder der Inhalt strafbar, könnt ihr bei der Polizei Anzeige erstatten. Ja, ich tue natürlich gleich Anzeige erstatten, wenn einer sagt, ja, du bist nur wegen der Frauenquote in dem Chefpost. Das ist natürlich krasser, harter, justiziabler Hatespeech. Das ist halt auf dem Level, wenn man irgend so einen 2D-Pixel-Sprite auf dem Bildschirm abschießt, das ist Mord. Ja, das ist das Level. Die Killerspiele, ne? Das sind sie wieder. Also für mich hat das hier an der Stelle die Verhältnismäßigkeit verloren. Zumindest entsprechend der gegebenen Beispiele. Also die waren, klar, die waren im Ton irgendwie dumm. Es war rau, ja. Es war rau, aber ich empfand das jetzt nicht als super duper krass, dass ich direkt zur Polizei gegen würde, wegen sowas. Ja, weil es kein Rapper, da ging das gut. Ja, genau, die Rapper dürfen das. Die dürfen immer Opfer und Misgeburt und sowas sagen. Ja. Das ist okay, da kriegst du sogar einen Integrations-Bambi. Bambi, ja. Wie der Bushido, ja. Ohne Ruf kannst du keine Echoes erhalten, war eine seiner Lieblingszellen. Ah, okay, gell. Was können wir denn hier noch machen? Jetzt können wir hier Beratungsstellen, oh, warte, das will ich nochmal machen, Beratungsstellen für Hass im Netz. Komm, feuerfrei. Aha, genau. Was haben wir denn hier? Oh Gott. Oh, natürlich haben wir das. Ei, ei, um Gottes Willen. Also wir haben die Amadeo-Antonio-Stiftung, wer kennt sie nicht? Ja, gleich als erstes ist hier die Amadeo-Antonio-Stiftung ausgelistet. Da schlägt die Mustererkennung auf 100. Alter Schwede, ja. Dann haben wir die Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Ja, okay. Und da haben wir das Netz mit Doppel-T, verstehe ich nicht. Ach, wie nett, wie nett sein, weißt du? Ach so, ich habe das nett gelesen. Okay, okay. Das MET, nee, das MET, das können wir mal machen. Und dann gibt es noch die Jugendrechtsberatung-Angebot des Deutschen Kinderschutzbundes Frankfurts. Aber wir haben es sogar noch mehr, oder? Es gibt doch hier ganz viele Filme. Oh Gott, das Filme, das geht ja noch renntlos weiter. Das geht noch viel weiter. Wir haben noch FSMEV, Beschwerdemöglichkeit. Was haben wir noch? Hatefree. Wir haben Jugendschutz.net. Wir haben U-Port. Gehen wir mal weiter. Da kommen, glaube ich, noch mal zwei rein. Von U-Port zu U-Port. Das ist nicht weit. Wir haben klicksafe.de, LoveStorm, Online-Training gegen Hass im Netz. Gibt es da, Mimikama. Was ist das denn? Zuerst denken, dann klicken. Und No-Hate-Speech-Movement. Also das sind alles diese zivilgesellschaftlichen Akteure, die halt mit Steuergeldern gefördert werden. Wisst ihr, so Demokratie leben. Aber ich habe gerade richtig Bock auf so ein Online-Training gegen Hass im Netz. Also ich glaube, das machen wir gleich mal, oder? Wir gehen ja mal auf die Website. Gerne, wenn es das geht. Wenn das nichts kostet. Dann haben wir noch die Noah gegen Kummer. Dann haben wir noch die Polizei. Respekt, Meldestelle für Hass im Netz. Ja, natürlich. Und wir haben Soli Nett. Das klingt nach Linksjugendsoilet irgendwas. Also Fachstelle Mensch-Sternchen-Power. Oh, Weißer Ring hätte man fast vergessen. Der ist ja tatsächlich mal ein sinnvoller Verein. Also Weißer Ring ist wirklich positiv hervorzuheben. Für alle, die den nicht kennen. Der Weißer Ring tut halt wirklich Opfern von Verbrechen helfen. Und das können auch Verbrechen sein wie Vergewaltigung, Raub, Mord, was weiß ich. Also oft werden ja Leute alleingelassen, die Opfer von Verbrechen wurden. Also klar, um die Täter kümmert man sich im Sinne vom Justizsystem. Aber dabei fallen halt oft die Opfer unter den Tisch, weißt du, dass die auch psychologisch betreut werden und so. Und das macht der Weißer Ring also an der Stelle sehr positiv hervorzuheben. Ich finde es wieder bezeichnend, dass sie so als allerletztes in der Liste auftauchen. Ja, eben. Richtig absurd. Wobei man sagen muss, du tust ja beim Weißen Ring wahrscheinlich nicht melden Hass im Netz. Weißt du, du tust dich da melden, wenn du traumatisiert bist oder so durch den Hass im Netz. Aber du, das ist kein Meldeportal für Hatespeech. Ja, Gott sei Dank nicht. Ja, nee, eben. Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Hast du, Renz, vielleicht noch auf die love-storm.de-Seite geschaut? Ich habe hier schon geguckt. Also, aber das so richtig, also ich glaube, das ist eine Lüge, was die meinen im Online-Training. Warte mal. Das ist bestimmt Pay-to-Play oder was? Hast du den Netz? Die Love-Storm-Plattform bietet daher. Aber wo kann ich denn hier die Love-Storm-Plattform erreichen? Love-Storm-Link zum Projekt, warte mal, hier. Einen Moment. Love-Storm.de, achso, nein, hier haben wir doch was. Ich schicke dir das mal im Chat. Gibt es einfach ein, love-storm.de. Ich wäre jetzt einfach auf den Link gegangen, also. Ja, love-storm.de, genau. Da steht er ja. Achso, du hast da direkt einen Link, na, hervorragend. Und da gibt es oben dann Trainingsraum, der Love-Storm-Trainingsraum. Online-Rollenspiele gegen Hass im Netz. Das können wir nochmal machen. Oh ja, äh, warte, F11, ne? Ja, ja. Genau. Alles akzeptieren. Und so einen guten Overlords zustimmen. So, und dann haben wir oben einen Trainingsraum. Genau, und hier können wir ja mal... Rollenspiele gegen Hass im Netz. Rollenspiele. Das ist ja spannend. Also, pack die Peitsche aus und... Es kostet natürlich Geld, oder was? Nein. Abonnement-Modelle, um Gottes Willen. Das ist ja hier Pay-to-Play, oder was? Aber wir haben eine Demo von 0 Euro im Monat. Jetzt abschließend musst du dich da noch anmelden, alles, oder was? Ich leg mal drauf, mal gucken, was... Ich leg mal drauf. Oh Gott, mit Warenkorben, allem, wo man dran... Was für eine beschissene Seite. Ja, also... Kann ich jetzt zur Kasse gehen? Ich geh mal raus zur Kasse. Ja, geh mal so. Und ja! Vorname Arti, Nachname Schocke, und alles klar. Ja, komm, das machen wir jetzt hier, ja, komm. Ja, also, gut, so kann man sich halt auch wirklich im Service verbauen. Also, niemand meldet sich doch extra auf der Seite an, vor allem zahlt noch Geld dafür. Also, das kann ja nicht was. Ja. Ja, gib das mal schön rein. Ah, die Schocke, ja, du hast dich da ein bisschen verschrieben. Ja, 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 das hat alles hin. Genau. Die sind so bla... Nehmen wir mal Timbuktu oder sowas hier, Land. Ja, komm. Curaçao gab es sogar, ja. Da ist ja... Die Avocado-Straße oder sowas, weiß ich nicht. Die Zwickau-Bliad-Straße, also... Ja, geh. Ort Bliad. Äh, Gamschatka. Ja, ist klar. Ja, als würden wir von Dominika die Postleiter geben. E-Mail musst du jetzt noch eingeben, unten. Ich hab noch nicht mal Enter gedrückt, was wollt ihr? Ach so, okay. Bist du sicher? So, E-Mail und Benutzernahme müssen wir mal anlegen. Oh, nee, nee, das sieht dann in der Himmel erst noch... Jetzt zockse ich mich hier, oder jetzt jetzt... Nee, 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 ach komm. Ja, sag ich mir das mal an. Was für ein behinderter Scheiß. Nee, das ist dämlich, das lassen wir jetzt, ja. Ich glaub, den Part schneid ich noch raus. Ach, um... Aus Gründen, ja. Okay, okay. Gut. Also, unfassbar. Und die kriegen schon unser Geld, das ist... Ach so, ich weiß, was für Gründe du jetzt meinst. Ähm, ja. Ab wann wollen wir wieder einsteigen? Das passt schon, aber... Junge, Junge, Junge. Was für eine Seite. Das ist echt dämlich, diese Seite, die ist dämlich. Also, Lovestorm, so ein Dreck. Gut. Ich merk grad, wir haben eine Dreiviertelstunde oben. Richtig, richtiger Dreck. Die nächste Folge, also, das... Das nächste Level, sag ich mal, von Ziviler Helden, kriegen wir jetzt gar nicht mehr gebacken, denke ich, in der Folge. Da machen wir wahrscheinlich lieber noch eine neue dann draus. Ja. Aber den Hass im Netz haben wir jetzt durchgespielt. Ja. Wir sind jetzt richtig klug, was das eigentlich ist. Wir sind aber leider keine guten Staatsbürger. Wir haben nicht den Melde-Button geklickt. Ach, Kacke. Stimmt, und wir hatten einen Screenshot machen. Ja. Gleich die Leute wegmelden. Dann sind die gute Deutschen. So ein Mist aber auch, ja. Ja. Aber gut, ihr wisst jetzt, wo ihr euch für Hass im Netz hinwenden müsst, honighorum.com. Wenn, weil nicht 4-0-4 oder sowas auftaucht, ne? Ja. Ich glaube, es soll jetzt wieder besser gehen. Ja, Mensch, Tom. Also, ich hatte richtig Spaß tatsächlich. Ich auch. Also, wir können das gerne noch mal pro Anzeigenfolgen davon in Angriff nehmen. Trotz der ganzen Belehrung hier. Aber, ja. Ja. Gerne ein zweiter Teil. Machen wir so. In dem Sinne, YouTube-Gebet. Amen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.